Zum Glück haben wir nachgeschaut. Oh nein. Jauber! Über dir, Kratos! Jauber, Kratos! Was ist das? Wie wär's denn mit festhalten? Der Winkel ist richtig. Der Winkel ist richtig. Der Winkel ist richtig. Das ist ein bisschen zu hoch. Ja, sieht gut aus. Hervorragend. Jetzt weiter nach oben, ja? Hinten! Hinten! Das überlasse ich dann wohl euch. Rechte Seite! Achtung! Das war Wotan. Wir sehen uns drüben. Oh, kann der springen? Mimir, verstehst du diese Gedächter? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. Wir sehen uns drüben. Wow! Kann der springen? Ja! Dieser Mystiker sieht uns nicht. Da liegt ein Dämmerstein. Ob wir wohl Dämmerstein einsetzen können? Ja! Oh! Ah! Falscher Weg! Oh! Verstehe. Noch ein Tor. So langsam weiß er Bescheid. Ich habe noch nie erlebt, dass die Lichtalben den Tempel so stark kontrollieren. Wohl an uns. Sie müssen einen neuen Tempelwächter geweiht haben. Zwar zum Gefürstigenstück. Der Dunkelalkun. Ist jetzt wohl auch im Licht. Ich bin ein Tor. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute.